So, da sind wir wieder mit unserem Dominions 4 Tutorial. Was wir haben ist Tienchi und ich werde jetzt erstmal über das User Interface gehen. Hier oben in der Mitte seht ihr die Treasury, das ist Gold, logischerweise, wie viel Gold wir pro Runde einnehmen mit dem Total Income und der Upkeep, wie viel unsere Truppenunterhalt kosten. Hier drunter sieht man die magischen Steine, die wir im Moment haben, mit denen die Zauber gesprochen werden. Wenn man da drüber fährt, sieht man, wie viel man pro Monat bekommt. Die Produktion kommt hauptsächlich aus Magic Sites in den Provinzen. Da werde ich gleich noch ein paar Worte dazu verlieren. Und hier oben sieht man die aktuelle Jahreszeit, das ist gerade Frühling des ersten Jahres. Logisch, so weit. So, hier sieht man, hier drüben, das ist abhängig von der Provinz, je nachdem welche Provinz ihr anklickt. Wie viel man über die Provinz weiß, hängt von eurer Dominion dort ab, eurem Spy-Level, Leuten, die dort sind, ob sie euch gehört, etc. Wir wissen zum Beispiel, dass das hier ein Farmland ist, aber nicht mal, wie das heißt. Hier wissen wir schon mal, wie die heißen werden in den Provinzen. Wenn ihr hier diese Übergänge seht, dann ist gelb passierbar, orange sind Gebirgspässe, die im Moment nicht passierbar sind, und blau sind Wasserrücken, die im Moment nicht passierbar sind. Gebirgspässe können auftauen, wenn es dort heiß wird, entweder wegen der Jahreszeit, was zum Beispiel Hochsommer ist, oder weil eure Dominion sehr warm ist. Wir haben ja bei der Stellung gesehen, dass man da verschiedene Einstellungen machen kann, warm, kalt, arbeitsam, viel Nahrung, chaotisch, ja. Und bei Wasserwegen ist es genau umgekehrt. Die frieren im Winter, oder wenn die Dominion dort sehr kalt ist, zu, und man kann sie passieren. So ergeben sich ständig neue Wege im Spiel, wie man sieht hier. Hier ist sehr viel mit Wasserwegen, also eine Nation mit Kalten dominieren, kann hier sehr einfach neue Wege öffnen. So, dann kurz die anderen Werte hier oben. Die Bevölkerung, das ist relativ klar, je mehr Bevölkerung eine Provinz hat, desto mehr Income generiert die. Es gibt bis zu einem gewissen Grad auch Ressourcen, das ist aber auch abhängig von dem, wie die Provinz angelegt ist. Hier sieht man die Beschaffenheiten der Provinz. Hier zum Beispiel Border Mountains, Low Income, Excellent Resources, ja. Swamp, Very Low Income, Hinders Movement, ja. Also, das kostet mehr Bewegungspunkte hier durchzuziehen. Und beeinflusst, wie stark ausgeprägt diese Werte sind. Supplies beschreibt, wie viele Einheiten eine Provinz versorgen kann. Das sind aber nicht einfach 867 Leute, das hängt zum Beispiel an der Größe der Einheiten an. Ein Riese ist deutlich mehr wie ein Mensch, logischerweise, und verbraucht deswegen mehr Supplies. Im Moment verbrauchen wir 34 davon. Wichtig ist immer festzustellen, dass Gold global angerechnet wird. Das bedeutet, wenn ich mehrere Provinzen habe, die Income produzieren, dann kann das Gold in jeder Provinz genutzt werden. Ressourcen hingegen können nur in der Provinz genutzt werden, in der sie produziert werden. Oder, wenn dort ein Schloss steht, dann zieht das Schloss Ressourcen von den umliegenden Provinzen zu sich. Wie das funktioniert, erkläre ich gleich noch. Unrest ist, ja, wie aufständisch die Provinz gerade ist, das ist hier 0. Und Defense ist der Verteidigungslevel der Provinz, von diesen Einheiten, der verteidigt wird, wenn keine eurer Einheiten da sind. Oder, ja, also wie viele gratis Verteidiger zur Verfügung stehen. Wenn man hier draufklickt, sieht man genau, was das ist. Kann man rechtsklicken, kriegt die Werte angezeigt. Das ist schon eine ordentliche stehende Armee hier, bei der Heimatprovinz. Und die haben sogar einen Magier am Start. Hier sieht man die Effekte. Patrouillenstärke deckt unsichtbare Einheiten in der Provinz auf und ermöglicht die anzugreifen. Und Unrest Reduction ist, denke ich, relativ selbsterklärend. Jeder Level kostet so viel mehr in Gold, wie der Level ist. Also der ist jetzt 25, wenn ich jetzt hier erhöhen wollte, auf 26, dann würde das 26 Gold kosten. Das lassen wir jetzt aber erst mal. Das Schöne an Verteidigern ist, wenn da ein Teil stirbt, sind sie für den nächsten Angriff sofort wieder aufgefüllt, im Gegensatz zu deinen normalen Truppen. Das Schlechte ist natürlich, sie sind an die Provinz gebunden und sie können nicht offensiv tätig werden. Der zweite wichtige Teil einer Provinz ist hier unten rechts. Da sieht man alle Gebäude und Magic-Sites, die dort sind. Hier unsere Heimatprovinz ist voll ausgebaut. Da steht ein Tempel. Wenn man da draufklickt, kriegt man eine Übersicht, wie stark die eigene Dominion ist und wie sie sich verbreitet und warum. Die Anzahl der Tempels spielt da rein, die Provinzen, die man hat, die ursprüngliche Stärke und auch Propheten und Götter natürlich, wovon wir beides noch nichts haben. Ein Labor erlaubt verschiedenste Dinge. Zum einen Magier rekrutieren in der Provinz, zum anderen dort Alchemie betreiben, magische Gegenstände schmieden und auch Ritualzauber sprechen. Ein sehr flexibles Gebäude. Und eine Fortification errichtet dieses kleine Schloss hier. Das hat mehrere Vorteile. Ich sehe nun, was das kostet. Schlösser haben einen Defense-Wert. Je höher der ist, desto schwieriger ist es, sie zu belagern. Normalerweise kann man in eine Provinz reinmarschieren und wenn man alle Verteidiger ausschaltet, ist die Provinz übernommen. In einer Provinz mit einem Schloss funktioniert das nicht ganz so. Wenn man die angreift, kämpft man nur gegen die Provinz-Defense, außer die anderen sind auf Patrouille geschaltet. Und wenn man die besiegt, dann fängt man an, das Schloss zu belagern. Je besser das ausgebaut ist mit so extra Buildings, desto schwieriger ist das und je mehr Leute drin sind. Es kann so weit gehen, dass deine Armee gar nicht in der Lage ist, das Schloss zu belagern. Allerdings, solange man in der Provinz stehen bleibt, kann in dem Schloss nichts mehr produziert werden. Sehr wohl, aber Ritualzauber gezaubert, sofern ein Labor da ist. Die Verteidiger können natürlich auch einen Ausfall üben, deswegen sollte man schauen, dass man eine ausreichende Armee da hat, um ein Schloss zu belagern. Vor allem, weil man nicht so viele Supplies in der Provinz nutzen kann, wie der Besitzer des Vorrats, der kompletten Zugriff auf diese hat. Außerdem haben Schlösser eine Administrationswertung. Was die macht, ist, erstens, sie erhöht den Income der Provinz, in der das Schloss ist. Und zweitens ist es eine prozentuale Anzeige, wie viel Prozent der Ressourcen der umliegenden Provinzen abgezogen werden und in dem Schloss gebündelt werden. Das ist wichtig, weil man Ressourcen braucht, um Einheiten zu produzieren. Man braucht immer jede Einheit, wenn man hier auf die Tour fährt, sieht man es unten in der Mitte des Bildschirms, kostet Gold und Ressourcen. Und wie gesagt, Ressourcen können nur in der Provinz genutzt werden, in der sie produziert werden oder von einem Schloss an eine Provinz gesaugt werden. Das bedeutet, wenn ich viele Einheiten bauen will, die zum Beispiel wie dieser hier 20 Ressourcen kosten, dann brauche ich Schlösser, die diese Ressourcen bündeln. So, damit haben wir das oberflächlichste Interface, das erstmal erledigt. Wie ihr seht, wissen wir nicht, was hier um uns außen rum ist. Normalerweise sieht man, wie viele Gegner da in etwa stehen, in der ersten Runde allerdings nicht. Es gibt jetzt zwei Varianten. Wir stürmen raus, auf gut Glück, oder wir lassen das sein und warten eine Runde ab. Und das werden wir tun, bis auf mit unserem Scout hier. Wie ihr seht, steht hier Sneak. Das bedeutet einfach, jede Einheit, die eine Stealth-Wertum hat, kann in Provinzen hineinschleichen, ohne dort attackiert zu werden oder anzugreifen. Die Chance, entdeckt zu werden, ist davon abhängig, wie hoch dort die Patrouillenstärke ist und wie hoch der Stealth-Wert der Einheit ist. So, dann, ja, was man hier sieht, wenn man eine Provinz anklickt, dann tauchen hier links alle Anführer auf, die man dort hat. Da sieht man dann im Symbol, was das ist und im Namen. Und diese kleinen Schwerter hier, die zeigen an, wie stark die Armee ist, die dem Herrn angeschlossen ist. Damit habe ich, denke ich, schon alles erklärt, was man an der Provinz zu tun hat. Was wir als nächstes tun werden, ist, erklären, wie ein Army-Setup funktioniert. Hier sehen wir ein Army-Setup-Fenster. Was man hier tun kann, ist, das sind die Einheiten, die in der Provinz stationiert sind. Das kann ich zum Beispiel so hier reinstellen. Und das sind die Einheiten bei den Anführern. Hier rechts sieht man, wie viele Einheiten der Anführer im Moment anführen kann und wie viele Squats er supportet, ohne Moralabzüge zu bekommen. Man sieht hier, er gibt einen Bonus von plus 1 auf Moral. Das ist eine Fähigkeit dieses Kommandos. Jetzt hat er einen Squat. Wenn ich diese Leute jetzt aufteile, hat er jetzt drei Squats. Das ist noch okay. Wenn ich jetzt einen vierten Squat öffne, dann sinkt sein Moralbonus. Und am sechsten wäre er dann bei minus 1. Das machen wir natürlich nicht. Wir formen unsere Einheiten in zwei Squats. Dann, in Spielen ohne Disciple kann man einen Propheten besitzen. Der verbreitet quasi die Dominion deines Gottes. Also überall, wo dein Prophet ist, verbreitet sich automatisch dein Glaube. Und außerdem bekommt er bestimmte mächtige Fertigkeiten. Dazu geht man auf einen Commander, wenn man keinen Propheten hat. Und klickt auf Become Profit. Das werden wir jetzt mal tun. So. Dann sollte man natürlich in den ersten Runden rekrutieren. Wichtig ist auch Forschung. Da komme ich aber in Runde 2 dazu. Um ordentlich forschen zu können, braucht man Magier. Denn diese Forscher, außer bei einigen Nationen, die Spezialeinheiten haben, die das machen können. Die Frage ist also, wen heuert man an? Es gibt verschiedene Magier. Die haben verschiedene Kosten für verschieden Gold. Und haben alle einen Research-Wert. Man sollte mal schauen, dass die Goldkosten im guten Verhältnis zu diesem Research-Wert stehen. Diese hier ist zum Beispiel sehr, sehr billig. Hat aber nur 7 Research. Ist aber allerdings ein Priest-Wert Level 1. Dieser hier hat 9 Research. Ist aber schon spürbar teurer. Der hier kostet gerade 255. Hat allerdings 17. Da wir in der ersten Runde relativ viel Gold übrig haben, werde ich mal einen von denen rekrutieren. Hier kann man auch auf Repeat gehen. Hier sieht man, wie viel Gold man noch hat. Wie viele Ressourcen einem noch zur Verfügung stehen in der Provinz. Und wie viele Holy Points. Wie viele Holy Points man hat, hängt schlicht und ergreifend davon ab, wie viel die aktuelle Dominion-Stärke deines Gottes ist. Ihr erinnert euch, in der ersten Episode haben wir 3 festgelegt als unseren Startwert. Mehr Dominion-Stärke kann man bekommen, in der man mehr Tempel errichtet. Das haben wir noch nicht gemacht, also liegt die bei 3. Was diese Holy Points machen, ist, jede Einheit, die sacred ist, wie dieser Herr hier, verbraucht beim Bauen einen Holy Point. Das sind zum Beispiel auch die. Das bedeutet, wir können maximal 3 Einheiten im Moment einheuern, die diese Punkte verbrauchen. Jetzt nehme ich mal zum Beispiel 3 von diesen Herrn. Oh, nee, 2. Denn, ähm, wenn ihr seht, wenn man keine Punkte mehr hat, dann werden die so ausgegraut. Das Gold kann man aber schon bezahlen, wenn der nächste wird rekrutiert. Eh, hier ist nämlich auch Holy. Ähm, sacred sein ist relativ gut. Denn was sacred sein auch macht, ist die Upkeep-Kosten sehr niedrig halten. Ich versuche das mal zu vergleichen. Die sind leider, glaube ich, alle sacred hier. Nehmen wir mal diese 2 Einheiten. Normalerweise hängt der Upkeep eine Einheit von ihren Goldkosten ab. Also dieser Kerl hier kostet 26 Gold. Kostet 10 Gold pro Jahr. So, jetzt nehmen wir mal diesen Herrn hier. Der kostet 20 Gold und ist nicht sacred. Der kostet 16 Gold pro Jahr. Ja, normalerweise sollte aber der Upkeep von dem mit 26 Gold höher sein. Das liegt daran, dass, ähm, sacred Leute, äh, einen halbierten Upkeep haben, da sie loyal zu deinem Gott sind. So, außer diesem Typen hier werden wir jetzt mal noch ein paar Bogenschützer anheuern. Sondern können wir da jetzt viele anheuern, nämlich. 11, die hier, der hier braucht genau 11. Dann machen wir das, dann kriegen wir noch einen. So, und dann haben wir schön 0. Man sollte mal schauen, dass man auf 0 Ressourcen kommt. So, was man auch noch tun könnte mit 0,1 ist, man könnte versuchen, einen Söldner anzuheuern. Es gibt ja im Moment, the Archers in White. Das sind, ähm, 20 Leute und der will mindestens 100 Gold haben, wenn wir ihn anheuern. Wie das funktioniert ist, man bietet einen gewissen Betrag Gold. Und, äh, das ist jedem, jedem Spieler möglich und jeder KI. Und wer am meisten bietet, der gewinnt die Dienste. Das Söldner ist für drei Runden. Wir werden das jetzt mal ausnahmsweise sein lassen. Ach ja, äh, Magic Sites. Ist es so, dass, äh, in der Heimatprovinz braucht man diese nicht suchen. Da gibt es immer ein paar vorbestimmte, je nach Nation. Magic Sites geben immer bestimmte Boni für die Provinz. Das hier erlaubt uns, zum Beispiel, die Master of the Five Elements und die Warrior of the Five Elements zu rekrutieren, die wir gerade schon gesehen haben. Und das hier produziert all diese Gems, wenn ihr euch fragt, wo die herkommt. Und erlaubt uns, ähm, Astral-Rituale, die hier gewirkt werden, eine Provinz weiter zu wirken. Erhöre also die Reichweite unserer Zauber. So, damit ist erstmal grundsätzlich klar, wie das Spiel abläuft, denke ich. Jetzt beende ich mal die, den Turn. Der Nobel hat nichts zu tun. Ups, ich habe den ausverschämt wieder abgeschaltet. Gut, dass ich diese Warnung anhabe. Sonst ist es dumm geworden. So, dann gibt es am Beginn der nächsten Runde immer hier die aktuellen Ereignisse. Das sind jetzt eine Menge Leute, die erklären, wer ihre neuen Propheten sind. Und wie ihr seht, jetzt sehen wir, wer das um uns aus und rum steht. Hier oben stehen nur acht Gegner. Allerdings kommen wir da leider nicht hin, denn da ist der Mountain Pass. Und wie ihr seht, hat sich unsere Dominion hier verbreitet. Da sind jetzt zwei Kerzchen, in unserer Hauptschutzsitzung weiß ich nur noch eine. Ich bin nicht ganz sicher, in welcher Provinz dieser Thron ist. Wahrscheinlich hier, das sind 50 Gegner. Das sind auch 50 Gegner. Ach, gar 80 Gegner. Das ist alles ziemlich stark. Also laufen wir mal weiter und klären hier ein bisschen auf. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir in unser Army Setup, wir haben hier ein paar neue Soldaten. Diesen Herrn. Diese zwei Herren. Und unsere Bogen schützen. Jetzt haben wir insgesamt 41 Gegner. Wenn das wirklich nur 50 sind, können wir die besiegen. Aber davon bin ich nicht so überzeugt. Andererseits ist hier unser Spion, sieht man dann im Auge. Das heißt, über diese Provinz hier wissen wir am besten Bescheid. Da ich nicht ewig warten will, nehme ich jetzt mal das Risiko in Kauf, dass wir umgenatzt werden. Und nutze die Gelegenheit, um noch zu zeigen, wie man eine Armee auf ein Gefecht vorbereitet. So, hier haben wir jetzt also unseren Gunzen Nobel. Wenn man ihn anklickt, sieht man, der Mann ist jetzt Prophet. Und was das macht, ist, es macht ihn erstens Sacred, beziehungsweise Blessed. Er hat immer das Blessing unseres Gottes. Wenn man hier draufklickt, erfährt man nochmal, was das ist. Wir hatten Moral plus 1, Defense plus 4, Quickness, Magic Resistance und HP plus 3 gewählt. So, er wird dadurch auch zu einem Priester Level 3, was ihm erlaubt, Priestsprüche zu zaubern. So, wenn man in dieses Fenster geht, kann man bei einem Commander für 5 Züge des Kampfes spezifische Kommandos eingeben. Ich kann ihm jetzt zum Beispiel sagen, hier, das sind seine verfügbaren Priestsauber, die hier hinten sind, gelockt, weil er noch nicht Level 4 oder 5 ist. Ich werde ihm jetzt mal sagen, dass er bitte alle Einheiten auf dem Battlefield blessen soll im Namen unseres Gottes. Da freuen sich nämlich unsere zwei Warrior, die wir mit Holy Points rekrutiert haben, denn alle Sacred Units können geblasst werden. Dann... Zaubern wir Ceremon of Courage. Wenn man rechts klickt auf den Spell, bekommt man nochmal eine Beschreibung. Die Reichweite, die Größe des Effekts hier und wie genau er an dem angezählten Ort landen wird. Und wie viel Ausdauer das unseren Herrn kostet. Was das macht, ist, das erhöht unsere Moral. Und danach kann er mal ein bisschen loszmeiten. Das ist ein Angriffsspel. So, was wir jetzt machen ist, wir machen eine neue Aufstellung. Unsere Nahkämpfer, die stellen wir hier vorne hin. Hier kann man verschiedene Formationen wählen. Das machen wir im Moment allerdings noch nicht, denn Formationen kosten Moral. Wir werden also einfach in einer Box herumlaufen und das Beste hoffen. Unser Prophet, der kommt etwas dahinter. Warum stelle ich ihn hier hin? Ganz einfach. Er wird Blessing... Divine Blessing wirkt auf alle auf dem Battlefield. Das ist allerdings nicht der Fall für Ceremon of Courage, wie man gesehen hat, dass es ein Area 10 Effekt ist. Was er wahrscheinlich tun wird, ist die nächste Einheit, die am nächsten an ihm dran ist, mit Ceremon of Courage anzuvisieren, um auch noch sich selbst zu erwischen. Ich stelle ihn also möglichst nah zu unseren Nahkämpfern, damit die ihre Moral erhöht bekommen und nicht unsere Fernkämpfer, die eher unwahrscheinlich sind, im Nahkampf zu landen. Hoffentlich. So. Was man dann noch machen kann, wenn man diese Befehle eingegeben hat, ist ihm dann einen allgemeinen Befehl geben, was er denn tun soll, wenn er damit fertig ist. Dann nehmen wir hier mal Cast Spells. Für normale Einheiten kann man nur so einen allgemeinen Befehl einstellen. Das sind unsere Nahkämpfer, die werden jetzt einfach mal auf den nächsten Gegner zustimmen. Und unsere Fernkämpfer hier, die werden feuern und zwar auf gegnerische Bogenschützen. So. Wie ihr seht, unser angeheuerter Forscher, der sehr, sehr viele Magic-Pfade hat, beherrscht eine Menge verschiedener Magiearten, die wir gesehen haben bei unserem Gott, ist quasi die kleine Version, ist automatisch auf Research gestellt. So, jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet Research? Research ist das hier. Hier seht ihr jetzt die 16 Punkte. Ihr fragt euch, warum 17, nicht 17, wie angezeigt? Ne, 16. Wir haben hier ein Drain. Ihr erinnert euch, wir haben bei unserem Gott Drain 1 gewählt. Was bedeutet, dass wir einen Research-Point weniger haben von jedem Magie. Das ist nicht schön, aber das lässt sich nicht vermeiden. So. Research kann man hier punktgenau einstellen auf all diese unterschiedlichen Magic-Pfaden. Ich werde nacheinander darauf eingehen, was die denn so machen. Und als allererstes hier werden wir mal Contro-Ration erfüllen. Und zwar bis Level 2. So. Am Anfang eines jeden Spiels sollte jeden Zug irgendein Magier rekrutiert werden, der es enorm wichtig ist, in der Forschung mithalten zu können. Dann nehmen wir wieder zwei hiervon. Und dann habe ich jetzt beschlossen, dass wir noch einige Archer haben sollten. Und ein paar dieser Herren. Na. Ein paar dieser Herren. Ja, ist auch nicht so schön. So, ist gut. Nehmen wir die, die sind etwas leichter gelöstet. Auf die einzelnen Eigenschaften der Einheiten komme ich beim nächsten Mal zurück. So, damit haben wir unsere Ressourcen wieder uns gut aufgebraucht. Und dann werden wir mal unser Glück hier versuchen. Könnte durchaus sein, dass wir verlieren. Das sehen wir dann. Aber alles mal in der nächsten Episode meines Tutorials. Wenn ich mich mit den restlichen Feldern hier beschäftige, wo ich die genauen Werte einer eigenen Einheiten zeige. Und ihr das erste Gefecht zu sehen bekommt. Alles was dann. Schönen Abend noch.